So, ich bin ja seit gestern Nacht zurück in Deutschland und ich habe es versprochen, ein Hammer Summer Sixpack Specialist. Jetzt bei uns, Delicious Supplements auf der Seite, ich verlinke es hier oben. Start, 100 Euro, 59,90 Euro. Das ist ein mega Angebotspreis für alle, die sagen, ich möchte an Körperfett verlieren und gleichzeitig an Muskulatur aufbauen. Ich möchte an Kraft aufbauen, ich möchte ein paar Vitamine dabei haben, ich möchte einen Testosteron-Booster dabei haben, ich möchte einen Fettblunder dabei haben, ich möchte einen Muskelaufbau-Inhaltsstoffe dabei haben. Und das ist alles all included. Allerjects schmeckt wie ein Ananasszaft, in Wasser gemixt natürlich, mega wie ein Ananasszaft. Und Linggains ist für die Leute, die unterwegs sind, so wie ich hier zum Beispiel. Und man sagt so, ey Mann, ich dümbel gerade weg oder ey, der Hunger kommt schon wieder. Einfach mal vier Kapseln nehmen und vor dem Training volle Power haben. Los geht's. Einfach mal vier Kapseln nehmen.